Herzlich Willkommen zu einem kleinen speziellen Video, nämlich in Bayern gegen Mailand, also HC Mailand, habe ich einen Zeitraffer gemacht und ja, ist mal was anderes auf meinem Kanal, ich hoffe es gefällt euch und ja, wenn ihr mehr davon seht, wie die ersten Leiter und ja, tut mir da auch kurz noch, würde ich nur was sagen, wenn wir am Anfang, da wusste ich ja nicht, wenn ich die Kamera einstelle, deshalb hat es da auch manchmal geworkelt und ja, ist trotzdem wichtig, viel Spaß mit dem Video und haut da rein! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!